Oh mein Gott, damit ist er endlich down und jetzt kann ich es euch sagen, wir haben auf jeden Fall jetzt die 1.000.000 Coins! Hallechen, ich bin's wieder, Luis, und damit herzlich willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal. Und ja, wie ihr es vielleicht schon erkennen könnt, fehlen mir nur noch ungefähr 500 Coins zu den 1.000.000 Coins und ich dachte mir, machst du mal ein Video draus und ich würde sagen, let's go! So, erste Runde auf dem Mip of Fioas und ich habe mir halt gedacht, ich habe das Ganze auch schon mal mit 200.000 Coins gemacht und ja, das war halt auch ganz cool, aber mit 1.000.000 Coins ist das Ganze nochmal ein bisschen was Besondereres und ja. Das bedeutet, wir werden hier jetzt ein bisschen Skyward spielen und nebenbei noch die 1.000.000 Coins knacken und by the way, für alle, die es interessiert, ja, ich habe auch alle SW-Kids, also das kommt auch noch dazu. Und ja, wir können einfach hier den 300.000 IQ-Move machen. Oh mein Gott, hätte der uns jetzt genockt? Hätte der uns jetzt genockt? Okay, das wäre es gewesen. Aber hier ist direkt der Nächste. Der hat auch nicht schlechten Stuff, aber wir haben Flint in Stil und können ihn erstmal anzünden und eventuell auch töten. Ja, perfekt, GG. Nein, als ob, Junge, das kann doch nicht sein. Aber egal, ich würde sagen, uns fehlen jetzt noch 100 Coins und ich würde sagen, das machen wir jetzt hier auch in der Runde Palermo. Egal, ob ich jetzt gewinne oder verliere, auf jeden Fall wird diese Runde jetzt hier im Video sein, deswegen viel Glück und ja. Okay, hier vorne ist direkt der Erste. Ich glaube, kommt seine EP an? Ja, perfekt. Es kann zwar sein, oder ich glaube, dass wir sogar jetzt schon die Millionen Coins haben, aber ich spiele diese Runde natürlich noch zu Ende, weil ja. Oh mein Gott, der ist gerade einfach so gestorben an Fallschaden, glaube ich. Oh nein. Aber wir haben so viel hier. Oh mein Gott, perfekt, GG. Jetzt lebt auf jeden Fall nur noch eine und wenn wir den bekommen, dann haben wir offiziell die eine Million Coins oder egal, ob wir ihn bekommen oder nicht. Wir haben jetzt hier nach dieser Runde die eine Million Coins und ja. Oh mein Gott, damit ist er endlich down und jetzt kann ich es euch sagen. Wir haben auf jeden Fall jetzt die eine Million Coins. Das heißt, hier steht jetzt endlich die eine Million. So, auf jeden Fall sind wir jetzt hier nochmal in einer Runde und ja, ich werde jetzt einfach, Junge, ich bin so stolz auf, weil endlich, endlich kann ich das Ganze abhaken, weil auf meiner To-Do-Liste steht schon seit längerer Zeit, die eine Million Coins zu erreichen und das dann auch in Form von einem Video hochzuladen und endlich kann ich das Ganze machen und dann bin ich gerade mega glücklich. Hä, was war das jetzt? Auf einmal gestorben? Egal. Jungs, so gewinnt man eine Runde mit null Kills. Naja, egal. Ich würde sagen, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren und liken nicht mal vergessen und ich würde sagen, macht's gut, haut rein und tschau. Bis zum nächsten Mal.